Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Idle Champions of the Forgotten Realms. Season 6 ist da und was soll ich sagen, es gibt Neuerungen tatsächlich am, naja nicht am grundlegenden Season Prinzip, aber schon so ein paar kleine Änderungen auch außerhalb von den 5 Season Champions und die finde ich weitestgehend ganz gut. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal rein und fragen, woran erinnert mich dieses Symbol? Und nein, ich meine nicht Simon Says, dieses leuchtet blau-rot, drückst du den blauen Button, dann den roten Button, dann leuchtet blau-rot-grün, du drückst blau-rot, nein, das meine ich nicht, sondern das erinnert mich an irgendein anderes Logo. Ich weiß nur ums Verrecken nicht an welches. However, Elemental Rebirth ist das Thema und Season Champions sind Sorbu, Warden, Cezaspia, Rugg und Korf. Und die haben alle mehr oder minder ein Rework bekommen, wie üblich in der Season, mal mehr, mal weniger. Also Sorbu eher weniger, der Rest eher mehr. Und passend dazu gibt es auch neue Skins, über die wir vielleicht reden müssen. Weiß ich nicht. Sorbu, ich wünsche, kann ich dir nicht irgendwo einen Groß zeigen? Bestimmt irgendwo bei den Rewards müsste das gehen. Yes, also halbwegs groß. Sorbu sieht halt frischbar aus. Ich weiß, das Thema ist halt Elemental Rebirth und jeder Champion hat jetzt so ein Element abbekommen. Er offensichtlich Brokkoli. Das ist sehr schade für ihn. Ich wusste auch nicht, dass Brokkoli ein Element ist, aber wenn ein Schlumpf zu viel Brokkoli ist und dann ertrinkt, sieht er ungefähr aus wie Sorbu in diesem Skin. Schade. Dann haben wir Warden, der dann offensichtlich so eher Elemental ist. Zumindest hat er halt auch nicht mehr wirklich Beine, sondern so Luftwirbel. Mag ich, aber nicht so sehr wie den Skin, den ich ausgerüstet habe. Dann haben wir einen Ruck, den man einfach überhaupt nicht mehr erkennt, wenn man es nicht an der grundlegenden Körper- und Waffenhaltung erkennt. Ich bin, ich habe das im vergangenen Video schon gesagt, ich bin immer noch der Meinung, er sollte einen Dreizack haben, weil er einfach verdammt nochmal aussieht wie Poseidon. Was auch immer sein Element ist, offenbar Blitz oder so, das aber auch nur, weil so ein Blitz um seinen Kopf kreist, aber auch nicht um seinen Kopf kreist. Es verschwindet wohlgemerkt halt nicht hinter dem Kamm vom Helm, sondern es kreist halt so vor seinem Kopf rum und nicht um seinen Kopf. Hat man bei der Animation auch gespart. Kann man machen, ist okay. Das kann man auch machen, ist auch okay. Dann haben wir Korth und Korth ist so Fire and Stone Dragon, also hauptsächlich Stone. Den finde ich ganz cool, den finde ich tatsächlich besser als den Originalskin, muss ich sagen. Ich mag den farblich einfach sehr. Also er ist schlicht in grau und braun gehalten, hat dann aber so seine orange-roten Highlights. Hat was. Das Ding auf dem Rücken passt nur so bedingt irgendwie, aber ja, ist ganz cool. Also ist von der Season auf jeden Fall mein Favorite Skin. Und dann haben wir noch Cthaspear, die man auch nur erkennt, wenn man es weiß, finde ich. Also das könnte halt auch, also ja, man erkennt es halt auch wieder an der Körper- und der Waffenhaltung. Aber abgesehen davon könnte das halt gerade mit den Hörnern halt gefühlt auch jeder weibliche Tiefling aus dem Spiel sein. Aber okay, das ist Cthaspear, offensichtlich Feuer als Element. Oder Orangen im Buntlack, wenn das ein Element ist, ich bin mir nicht sicher. Aber ja. Ansonsten auch noch zu erwähnen, großes Thema in der Season ist Champions mit viel Dexterity. Passend dazu gibt es einen neuen Core, der Champions mit, was ist es, 16 oder mehr Dexterity buffed? Lass es mir nachgucken. Lass es mich kurz nachgucken. Auf jeden Fall Champions mit einer hohen Dexterity. Ich weiß noch gar nicht, was das Symbol dafür ist. Das hier. Ah, Dex 15 und mehr, nicht 16. Okay. Also Champions mit mindestens 15 Dexterity werden hier gebufft. Das ist prinzipiell wie der Unaffiliated Core. Oder der Magic Core. Also das ist jetzt nichts grundlegend Neues, außer dass es ein neuer kostenloser Core ist, was ich prinzipiell ganz okay finde. Ich habe so mittelmäßig Bock, ihn zu leveln. Ich habe auch noch nicht wirklich viel gemacht, wie man sieht, aber ja. Zumindest schon mal automatisiert und wir haben hier schon mal Epic Flow. Das ist doch auch schon mal was. Und nein, ich schließe die beiden bewusst nicht an. Das kommt später. Ich bin mir noch unsicher, wie ich das mache. Wie ein gutes Layout ist. Also ich werde hier halt runtergehen, dann wahrscheinlich. Ja, du kannst halt nirgendwo gut außen rum. Guck mal. Man könnte halt bei beiden irgendwie so einen Schlenker jeweils so außen rum machen und dann wieder hoch gehen. Und am Ende hier so landen. Ob das optimal ist, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Aber bis ich das Ding fertig gelevelt habe, gehen eh noch ein paar Wochen ins Land. Von daher zumindest ein paar Tage. Wahrscheinlich auch eher so eineinhalb bis zwei Wochen, würde ich vermuten. Je nachdem, wie viel ich das Spiel laufen lasse. Was im Moment so mittelmäßig viel oder wenig ist. Warum ist denn da oben eigentlich kein Champion? Wer fehlt denn da gerade? Ah, ich habe die Suspia rausgenommen. Würde mir das heilen auf den Sack hingen. Das war der Punkt. Das ist ständige Zahlengeflackerwalze. Nein, nervt nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Gehen wir mal rein in die Champions und die Reworks. Fangen wir mal mit einem Ruck an. Und meinem mitgrößten Kritikpunkt. Maybe. Weiß ich noch nicht. Ein Ruck bufft. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sein Buff vorher war. Kann gut sein, dass der gleich geblieben ist. Bufft auf jeden Fall die Reihe direkt vor und hinter sich. Um einen gewissen Wert. Dieser Wert lässt sich steigern. Basierend auf der Anzahl an Keypunkten, die er hat. Und diese Keypunkte erhöht man, indem man ein Minigame mit der Ulti spielt. Also, ihr macht das jetzt gerade mal. Ihr seht schon, das füllt sich so blau. Und wenn der blaue Bereich den orangenen Bereich erreicht, dann muss man den Ulti-Button normal drücken. In der Hoffnung, dass das Spiel zwischendurch nicht laggt. Und theoretisch kann ein Ruck 60 Stacks haben, also 60 Keypunkte. Bei mir hört dieses Minigame aber permanent bei 30 auf. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe mir jetzt gefühlt alle Texte dazu irgendwie so dreimal durchgelesen. Vielleicht bin ich einfach typisch Bench-mäßig verpeilt und habe es dreimal überlesen. Das kann gut sein. Vielleicht ist es bei mir verbuggt. Ich habe keine Ahnung. Also, ich check auf jeden Fall überhaupt nicht, warum das bei mir bei 30 aufhört. Weil eigentlich soll das bis 60 gehen. Steht hier auch mit bei. Ein Ruck can have at most 60 Keypoints at once. Das Ding hört bei mir bei 30 einfach auf. Was schade ist, weil wenn man dieses Minigame wirklich bis 60 Keypunkte durchzieht, ich habe da schon Screenshots von gesehen, erhöht er damit seinen Main-Buff einfach mal um E20% beziehungsweise der Main-Buff landet dann gerne mal bei E25%, was ein echt guter Buff ist dann. Also, da kann man nichts gegen sagen. Schade, dass ich entweder zu dumm bin oder es bei mir nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Also, ich sehe im Moment nicht, warum es bei 30 aufhören sollte. Und ich habe es jetzt wirklich auch ein paar Mal gemacht und wirklich auch ein paar Mal gesehen so, Ja, ich habe es definitiv geschafft. Ich habe das Minispiel nicht verkackt vom Timing her. Es ist immer schön, wenn das Spiel zwischendrin lag. Das macht dann richtig viel Spaß. Okay, da war ich jetzt definitiv zu langsam. Das sieht man auch darum, dass sich der Ring dann halt ändert und diesen Pflanzen-Kram da drumherum kriegt. So, aber beim ersten Versuch eben war ich ja bei E27% noch perfekt im Timing, habe die 30 Punkte bekommen und dann war aber trotzdem Schicht. So, I don't get it. Es gibt auch kein Feed oder so, was das erhöhen würde. Es gibt da halt... Also, ich sehe im Moment nicht, woran es liegt. Es gibt keine Speck, die das verbessert. An sich sollte das bis 60 gehen. I don't get it. At all. Vielleicht sollte ich mir die Ulti nochmal durchlesen. Die richtige auch. Wenn the blue ring fills the orange area, gain additional key. Ja, nein. Steht halt auch nichts bei. Also, ich check's nicht. Was aber, also abgesehen von dem vermutlich Bug, meine Hauptkritikpunkt ist, er ist halt einfach kein Idol-Champion mehr. Er ist jetzt halt ein aktiver Champion. Also, damit sein Buff funktioniert, muss man zumindest einmal im Run dieses Minispiel spielen. Und ich finde das jetzt halt so einen Tag ganz lustig und ich weiß, morgen wird's mir auf den Sack gehen. Das ist so... Und es ist halt ein Idol-Game. Und ich weiß, die Idee zu schätzen, also ich weiß, den Versuch zu schätzen, ein bisschen was Neues und Abwechslung reinzubringen, aber es ist ja... Also muss man halt... Entschuldigung. Da muss man halt selber wissen, ob man darauf Bock hat. Ich hab da keinen Bock drauf. Also heute finde ich es noch ganz funny, aber was auch ganz nett ist... Achso, das wird gar nicht mehr getrackt. Es gibt eine Milestone-Quest, wie üblich, dass man halt Ultis von den Event-Champions auslösen muss und tatsächlich zählt jedes Auslösen. Also jedes Mal zweimal auslösen, dreimal auslösen, viermal auslösen. Also man kann damit den Counter ganz gut hochpushen, wenn man da Bock drauf hat. Und wieder ist bei 30 Schluss und das Timing war völlig in Ordnung. I don't get it. Based on the maximum number of Keypoints, ein Ruck has had it once during this adventure. Steht hier bei der Ulti noch irgendwas mit bei? Hier. Nein. Einfach gar nichts. Okay. Ich bleib dabei. Ich check's nicht. Aber ja. Also prinzipiell könnte ein Ruck halt ein echt guter Champion sein, wenn er funktioniert. und wenn man Bock auf das Minispiel hat. Abgesehen davon hat er noch eine Fähigkeit, die gleich geblieben ist quasi, die nur ein bisschen erweitert wurde. Er hat ja vorher schon die Formation Abilities von Champions, von angrenzenden Champions, glaube ich, mit 14 Wisdom, mit 14 oder mehr Wisdom verbessert. Das macht er auch nach wie vor noch. Er kann aber alternativ jetzt auch die Formation Abilities von Champions mit 16 Dexterity oder mehr verbessern. Das sucht man sich einfach bei der Spec aus. Links für Wisdom, rechts für Dexterity. Also ich kann's einfach nochmal zeigen. Hab ja genug von den Potions. Wo ist er? Da. Links der ganze Spaß für Wisdom 14 oder mehr und rechts für Dexterity 16 oder mehr. Da die Season sehr auf Champions mit hohem Dexterity Wert ausgelegt ist, wird im Moment Dexterity mehr Sinn machen. Jo. Ja, das ist ein Rock in Kürze. Ich weiß es nicht. Wenn jemand weiß, woran es liegt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Machen wir weiter mit Korth. Korth ist ja, so mittelmäßig reworked worden. Er hat jetzt hauptsächlich ein Damage Buff und Attack Cooldown Reduction für Champions mit 16 oder mehr Dexterity. Surprise, surprise. Außerdem kann er basierend auf seiner Spec, das kann ich nochmal zeigen, den Dexterity Wert von Champions auf 16 erhöhen, damit die auch getroffen werden. Das heißt, man kann entsprechend seinen Main DPS platzieren, dass er von diesem Upgrade von Korth getroffen wird und selbst wenn der Main DPS keine 16 Dexterity haben sollte, kann er 16 bekommen. Und das trifft halt entweder den Slot direkt über oder unter ihm, die zwei Slots vor ihm oder die zwei Slots hinter ihm. Je nachdem, welches Speck man nimmt. Wenn jetzt hinter ihm nur ein Slot ist, dann trifft es halt nur einen und mit den beiden direkt vor ihm wären jetzt hier Sorbo und Nahara gemeint. Also Sasbe, er wird halt nicht getroffen, weil sie halt, sie ist zwar vor ihm, aber nicht direkt vor ihm. So ist das halt gemeint. Und sonst wäre halt, man könnte es auch sagen, direkt da drüber oder da drunter. Korth hat in der Hinsicht übrigens auch ein neues Achievement, wo man eben mit dieser Fähigkeit, dass die Dexterity von anderen Champions erhöht wird, die Dexterity um insgesamt mindestens 14 erhöhen muss. Das ist gar nicht so einfach, weil es gar nicht so viele Champions gibt, die einen niedrigen Dexterity Score haben. Und die meisten davon sind einfach in Slot 2 und sie lassen sich nicht zusammen mit Korth benutzen. Was aber auf jeden Fall funktioniert, also je nachdem, wie ihr eure Speck ausgerichtet habt, sagen wir mal, wir haben das jetzt auf Über- und Unter-Korth gepackt, dann könnt ihr einfach Mähen und Bruno reinpacken. Die haben so wenig Dexterity, dass hier der Dexterity, also er hat jetzt 16, wenn wir Korth rausnehmen, da hat er halt eigentlich nur 8. Also hier kommen 8 Punkte dazu, hier kommen 6 Punkte dazu, macht zusammen 14, damit funktioniert es halt. Also wenn ihr das so habt, kriegt ihr das in Chief Metal halt instant. So als Beispiel. Alternativ könnt ihr in Slot 3 auch Omen nehmen, falls ihr mehr nicht habt, oder Bin-Win. Das würde auch funktionieren. Ansonsten gibt es nicht so viele Alternativen. Also es gibt, glaube ich, noch ein, zwei andere Möglichkeiten, aber das sind jetzt die, die ich gerade im Kopf habe. Ja, dann wen hatte ich hier? Sysaspir und hier Nahara. Ja, ansonsten hat er hauptsächlich Fähigkeiten, die seine Main Ability verbessern, also die seinen Hauptbuff verbessern. Und das macht er halt hauptsächlich an der Wall. Also, beziehungsweise nein, nicht unbedingt. Das kommt einmal drauf an, auch möglichst viel Dexterity im Feld zu haben, weil basierend auf der Total Dexterity Score, also auf dem Gesamtwert an Geschick, den ihr in der Formation habt, wird halt auch nochmal der Main Ability erhöht. Da gibt es übrigens auch eine Seasonal Quest für, dass man, ich glaube, 1000 Areas mit mindestens 140er Stack calculated machen muss. Wenn ihr da struggelt, sucht euch einfach über, keine Ahnung, Byte Glow oder über Trial and Error Champions raus, die viel Dexterity haben, sodass ihr hier in der gesamten Formation auf mindestens 140 Dexterity kommt. Aber wenn ihr die 5 Season Champions nehmt, seid ihr da schon gut dabei und dann, keine Ahnung, schmeißt ihr da noch Norden mit rein und, keine Ahnung, Freely, wenn ihr Bock habt und dann seid ihr eigentlich schon ganz gut dabei. Jo. Jetzt muss ich nochmal kurz eine Sache gucken. Hatte er, ich habe mir sogar Sachen aufgeschrieben. Genau, warum genau wird er erst an der Wall gut? Ich hatte es mir aufgeschrieben, ich habe es schon wieder vergessen. Ah, genau. Weil er auch noch einen Debuff auf Gegner verteilt, über Samurai, nee, nicht über Samurai Training, über Fighting Spirit tatsächlich. Da markiert er Gegner, bevor sie angreift und die bekommen dann einen kleinen Debuff. Das ist, nee, stimmt gar nicht. Das ist auch Unfug. Das ist auch noch der falsche. Strength before death, ist es das? Nein, ist es? Lizardfolk Tactics ist es. Ich hätte mir den Namen dazu aufschreiben sollen, aber ja. Er markiert halt Gegner, wenn er sie angreift und die bleiben halt markiert beziehungsweise debuffed, bis sie halt sterben. Klar, dass sie halt nach dem Tod nicht debuffed bleiben, warum sollten sie auch? So. Und basierend auf der Anzahl an Gegnern, die in diesem Run maximal zeitgleichen Debuff hatten, in diesem Run oder in dieser Area? Oh, sogar in der aktuellen Area. Okay. Also basierend auf Gegnern, die maximal in der aktuellen Area gleichzeitig einen Debuff hatten, gibt es nochmal eine Verstärkung für seine Hauptfähigkeit. Das deckt multiplikativ, das ist ganz okayisch. Ein Basewert von 20. So lala. Wir können gerade mal hier in die Wall gehen und dieses fantastische Lag begutachten. Dann sollte ich vielleicht einfach den Kollegen auch mal leveln, damit er nicht sofort wegstirbt. Ah, und dann sind wir plötzlich gar nicht mehr an der Wall. Das ist natürlich ungünstig. Macht Sinn. Also es ist halt so, es kommt so mittelmäßig viel bei raus. Also selbst so bei 7, 8 Stacks, was ich schon hatte. Lohnt das nicht so richtig, um ehrlich zu sein? Also da brauchst du glaube ich schon so 20, 30 Stacks, aber die wirst du halt in der normalen, also wo man das braucht, halt in der Boss Area und da wirst du über 10, 11 Stacks nicht hinauskommen. Und damit ist es halt so, lala. Und bufft halt Rapid Training auch eher so, lala. Also ich sehe im Moment noch nicht, dass er einen richtig guten Buff mitbringt. Auf der anderen Seite hat er ja nicht nur seinen Buff, sondern er hat ja auch noch den Debuff von E4 und wenn der Main Buff so bei E13, vielleicht E14, wenn es gut läuft, rumdümpelt und er dann noch E4 durch den Debuff dazu bekommt, ist er halt insgesamt ja so bei E18, E17, E18. Das ist nicht fantastisch, aber ist okayisch. Also so, ich finde aktuell ist so die Goalmark, ist das ein Wort? Keine Ahnung. Ist so der Wunschbereich, damit es halt mit anderen Champions, die jetzt auch kürzlich reworked wurden oder die neu reingebracht wurden, ist, finde ich, so E20 so der Richtwert, das trifft es glaube ich am ehesten. Also E20, der Richtwert, da bleibt er zumindest von meinem Testing her im Moment drunter. Nicht viel, aber etwas und weiß ich halt nicht, da wäre mehr drin gewesen. Aber ja, ist prinzipiell nützlicher als vorher. Da kann man nichts gegen sagen. Das ist im großen und ganzen Korf. Den lassen wir auch gerade an der Stelle einfach mal Korf sein. Ich finde es halt ganz nett, dass er die Dexterity Score von anderen Champions noch erhöhen kann. Das halt auch für, also wenn man wirklich auf eine High Dexterity Formation gehen will, ist das wirklich hilfreich. Also da macht er schon Sinn. und Slot 2 hat jetzt auch nicht so die krassen Alternativen. Also Regis ist seit der letzten, vorletzten, seit seiner Season, wo er mit dran war, halt ganz okay. Blushy ist halt super, gegen Blushy kommt auch Korf nicht an, aber ansonsten reiht er sich auf jeden Fall schon in der oberen Hälfte von Slot 2 ein, was die Nützlichkeit eingeht, von daher schon okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal mit Warden weiter und ja, ich finde den Skin leider immer noch ein bisschen geiler als den Season Skin. Es tut mir eigentlich auch nicht leid, keine Ahnung, warum ich leider gesagt habe, aber ja, Warden ist so, weiß ich halt nicht, Warden ist komisch geworden, komisch geworden, haha, ich kenne den Weg raus, danke. Also, zum einen spawnt er jetzt Spectre, man sieht die schon, diese lustigen kleinen Geister jedes Mal, wenn er, also ich muss andersrum anfangen, er hat nach wie vor seinen Hex-Debuff, mit dem er halt Gegner debufft und wenn jetzt ein Gegner stirbt, der Hex drauf hatte, also der gedubuffed war von ihm, dann spawnte halt so Spectre und der Spectre bringt noch weitere Boni, das ist halt prinzipiell ganz nett. Die größte Änderung, die ein bisschen schade ist, die aber prinzipiell völlig berechtigt ist, seinen Hex-Debuff hatte er halt auch schon vorher und bislang ging das immer, dass man Warden in die Formation gepackt hat, kurz gewartet hat, bis der Boss Gegner oder Gegner nach Wunsch halt diesen Hex-Debuff bekommen hat und dann hat man Warden wieder rausgenommen, der Debuff blieb aber auf dem Gegner. Das heißt, man konnte Warden quasi kurz in die Formation reinnehmen, sich einen zusätzlichen Debuff für den Gegner holen, dann Warden wieder rausnehmen und seinen Standard-Champion den man in dem Spot eigentlich hat wieder reinpacken und sich so noch einfach ein bisschen mehr Schaden ergaunern, sag ich mal. Das funktioniert jetzt nicht mehr, wenn man Warden rausnimmt, werden auch die Hex-Debuffs removed. Ja, das war immer noch so ein kleiner Cheese, sag ich mal, der vorher ging, das funktioniert jetzt halt einfach nicht mehr. Ich finde es aber auch fair, dass es nicht mehr geht, schade ist trotzdem und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege Warden nicht auf so und ja, das kann multiplikativ stacken prinzipiell okay, also und also normale Gegner können bis zu 4 Stacks haben, Bossgegner bis zu 10 Stacks und dann stackt dieser 100% Base-Wert multiplikativ und dann kommt der Post-Stack halt drauf aber ja, all in all kommt der Debuff halt so selbst wenn das multiplikativ hochstackt auf keine Ahnung E12 das lässt sich leider nirgendwo vernünftig nachlesen weil man irgendwie in-game nicht nachvollziehen kann wie hoch der Debuff ist den Gegner tatsächlich abbekommen also es ist so ja nun aber er wird halt nicht absurd viel höher als das sein was hier steht also ja lass es am Ende E12 E13 irgendwie so um den Dreh sein und ja wenn halt diese Wardens also diese lila Geister halt spawnen dann machen die auch nochmal einen Debuff für Gegner in deren Nähe Ich weiß nicht ob das nochmal stacken kann wenn Gegner irgendwie von mehreren Wardens betroffen werden Basic halt nicht aber aber insgesamt ist das halt so ja okay hier kriegt man nochmal einen minimalen Schadensbonus raus aber insgesamt sehe ich Warden halt irgendwie nicht nicht bei einem Viable Support muss ich ganz ehrlich sagen also vielleicht übersehe ich da was aber ich schätze ihn jetzt so at best bei E14 E15 ein was halt für ein Rework schon eher so äh ist um ehrlich zu sein und wir haben im selben Slot halt einfach Avron der halt mal wenn er Bock drauf hat E36 Buff raushauen kann und Nova die halt easy über E20 kommt also auch eher so in den E25 Bereich gehen kann wenn es gut läuft Emoen die da deutlich drüber kommt Strix kann zumindest mit Artemis gut zusammen funktionieren also ich sehe ihn ganz ehrlich einfach nicht als Support Champion also grundlegend nicht unbedingt als Viable und in dem Slot schon gar nicht was schade ist als Main DPS habe ich ihn jetzt ehrlich gesagt noch nicht probiert ich habe jetzt aber auch noch keine coolen Fähigkeiten bei ihm gelesen wo ich sagen oh ja das macht ihn jetzt so einen richtig guten Main DPS also im Vergleich zu Sorbu oder so weiß ich nicht also Warden ist so der einzige Champion wo ich mir denke so ja hätte man sich beim Rework vielleicht auch ein paar mehr Gedanken machen können aber who knows vielleicht habe ich da auch irgendwas massiv falsch berechnet weil ich habe das jetzt alles nicht irgendwie stundenlang in Tiefe getestet ich habe nur mal kurz ah okay so weit laufen wir mal bis hier gucken mal okay das können wir noch da rausholen das können wir da rausholen also ich habe wirklich so ein eher so ein mal kurz drüber gucken Test gemacht wie gesagt wenn ich irgendwo was übersehen habe oder falsch liege möge man mich gern in den Kommentaren korrigieren dann kommen wir zu Cisaspea die wird tatsächlich hauptsächlich erst an der wall gut da kommen wir gleich zu die hat erstmal ein Stat Rework bekommen die hat jetzt nämlich einfach drei mehr Dexterity bekommen hat dafür ein Int und ein Strength weniger was jetzt nicht so dramatisch ist also damit ist sie halt immer noch für alle Patrons verfügbar wo sie vorher auch verfügbar war die inzwischen mal bessere Feeds dass das da noch drin sein muss naja also ja Stats ein bisschen geändert aber hauptsächlich damit sie halt in diese 16 plus Dexterity Riege passt die ja irgendwie bei der Season Gang gäbe ist und sie hat aber auch ihren üblichen den sieht man jetzt hier nicht so weil er hier größtenteils aufgebraucht ist aber wir gehen mal kurz ein bisschen zurück nach dem Lag dann haben wir gerade nochmal eine Speed Portion rein was ist dieses Spiel ich ralle es nicht warum es zwischendurch so absurd lag und man sieht schon sie baut hier ihren üblichen Sporen Ring halt auf und diese Sporen schießt sie halt auf Gegner das funktioniert aber prinzipiell nur gut solange keine Familias im Feld sind sonst könnt ihr das halt total also zumindest solange Familias nicht insta killen wenn 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 Familias insta killen funktioniert das halt so ungefähr gar nicht dass sie halt irgendeinen Gegner mit irgendeiner Spore trifft weil die Gegner halt einfach vorher tot sind von daher meine ich sie funktioniert halt hauptsächlich an der wall gut aber grundlegend funktioniert sie halt so dass sie mit diesen Sporen wenn die Gegner treffen die die Gegner debufft irgendwie ist auch debuff so ein großes thema also in dieser season und das mit 4 und 10 nehme ich total zurück 4 und 10 war hier Wardens Hex kann maximal 4 Stacks haben nicht 10 auf Boss Gegner das was das was mit ihren Sporen so rum my bad und das ist so ihr Main Gimmick wichtig wird es halt auch noch dass sie ihr maximales Sporending erhöht weil einfach basierend auf der Reserve an Sporen die sie hat bufft sie nochmal sämtliche Champions in einer 2 Slot Reichweite um 33 Prozent multiplikativ für jeden für jede Spore die sie halt hat es ist halt so das ist halt also für für das ist halt so Moment jetzt muss ich noch mal kurz lesen bevor ich Unfug erzähle okay sie bufft Gegner basierend nein nicht bufft Gegner sie bufft Champions basierend darauf wie viele Sporen sie verwendet hat in der aktuellen Area und das Maximum an Stacks kann aber ihr Cap an Sporen sein also wie viele Sporen sie maximal in der Reserve haben kann und deswegen ist es wichtig die Reserve von ihren Sporen also den Max Stack von ihren Sporen zu erhöhen das könnt ihr einerseits durch das epische Feed machen was ihr im Season Pass bekommt das ist dann auch durchaus worth it würde ich sagen also es ist keine 10 Euro wert aber es ist schon ein gutes Feed auf jeden Fall und ansonsten könnt ihr da über die Speck noch ein bisschen was regeln der Standardwert ist 30 aber ihr könnt wo ist sie denn hier ihr könnt das mit der Speck auch noch ein bisschen anpassen links verbessert ihr einfach Symbiotic Infection also so den Buff also beziehungsweise den Debuff ist es glaube ich um 200% das Ding ist Trash in jedem Fall der Fälle ist das halt einfach Trash also halt immer ist das Trash nehmt nie diese linke Speck es macht einfach gar keinen Sinn also es sei denn ihr habt sie zur Deko drin und habt nicht vor zu wallen oder halt irgendwie über da also halt über den Insta Kill Bereich hinaus zu pushen so und ihr braucht sie halt nicht dann könnt ihr auch die linke speck nehmen wenn ihr sie grundlegend nicht braucht nehmt die linke speck wenn ihr einen vernünftigen schadenswaffe von ihr braucht ist die linke speck einfach unfug so absolut weil hier könnt ihr halt einfach mit der mittleren speck zum einen das verbessern dass sie nicht nur alle vier sekunden eine neue spore generiert sondern alle drei sekunden und sie alternativ könntet ihr hier einen 400 prozent bonus für symbiotic infection und ihr healing halt kriegen wenn sie mindestens 30 sporen in der aktuellen area verwendet hat jetzt können wir gerade mal gucken was grundlegend besser ist es ist halt auch so die linke speck ist halt einfach 100 prozent furchtbar warte welche sind jetzt ausgewählt ist jetzt gerade die linke ausgewählt warum auch immer nachdem ich es weggeklickt habe und wo sie ich gerade blind wo ist sie sasper ja jetzt ähm also der button ist nur aktiv deswegen ist sie da nicht mit bei okay nein okay die die mittlere speck war ausgewählt alles gut hatte die eigens vertauscht entschuldigung ich bin gerade auch einfach ein bisschen verpeilt aber ihr kennt das ja so symbiotic infection ist der buff mit dem sie bald alle champions bufft so das geht also da kommen wir jetzt so auf e 15 17 und dann drücken wir vielleicht den richtigen button fürs inventar und nehmen mal die rechte speck haben besseres healing kommen hier aber wahrscheinlich insgesamt auf weniger ne geht es nimmt sich nicht viel tatsächlich nimmt sich nicht viel also die mittlere speck wenn ihr kein healing braucht trotzdem besser wenn ihr das ewige feed aus dem season pass nutzt ist die mittlere speck definitiv besser und die linke speck ist halt einfach nur furchtbar ich weiß halt nicht warum man die nehmen sollte es gibt halt absolut gar keinen grund dafür also ja und übrigens hoher dexterity score ist auch noch wichtig um ihre sporenreserve zu erhöhen die erhöht sich nämlich basierend auf der ist ihre sporenreserve nur 20 oh nevermind ihre standard sporenreserve ist 20 nicht 30 ich nehme alles zurück ich bin stumm ihre standard sporenreserve ist 20 und sie kriegt 16 dazu weil im moment in meiner formation der durchschnittliche dexterity wert auf allen champions 16 ist das wird entsprechend abgerundet da es aber auch abgerundet einfach 16 bleibt wird halt ihre maximale sporenreserve um 16 erhöht ja und 10 kommen dann eben noch durch die mittlere speck und dann gegebenenfalls noch mal 10 durchs feed und da das multiplikativ hochstackt ist es halt einfach schon ist das schon einfach ich also ja wenn man mehr healing haben will rechte speck aber ich sehe ich verstehe nicht warum die linke speck drin ist es gibt überhaupt keinen grund dafür so gar keinen however kommen wir auf den wichtigen punkt sie ist hasbier kann halt mit ihrem debuff zusammen also sie debufft ja gegner die halt sporenstacks hat also die halt von sporen getroffen wurden und bufft gleichzeitig noch champions und da kann sie schon so in den e 20 e 21 bereich auf jeden fall relativ bequem kommen also mit dem epischen feed dann definitiv noch drüber solider rework definitiv also ich finde sie optisch ein bisschen anstrengend weil halt ständig das healing aufploppt und die ganze zeit irgendwas um sie rumkreist das ist halt so ein bisschen nervig aber nun an der wall ist das ja auch nicht mehr so da verbraucht sie ihre sporen ja dann irgendwann von daher das ist schon okay das bringt halt auch einfach was was ein klein bisschen anstrengend ist in der season ist einfach der punkt so und so viele gegner mit ihren sporen zu infizieren das wird halt nie besser sein als einer alle drei sekunden also mit zehnfach speed geht das natürlich und mit strong heart in der passiven formation kriegt man ja auch drei pro spore also es geht schon einigermaßen aber das ist schon so das langsamste was man halt also das langsamste die langsamste milestone quest suchen wird sich glaube ich auch einfach nichts daran ändern also ich wüsste jetzt im moment kein weg wie sie schneller ihre sporen ja gar nicht mal unbedingt los wird sondern sie müsste sie ja schneller generieren können und da ist keine ja doch es ist keine positional ability also bringt ein rug da auch nichts also ich wüsste jetzt nicht wodurch sie ernsthaft noch schneller werden sollte aber insgesamt solider champion und dann kommen wir zu guter letzt zu sorbu sorbu hat keine großen änderungen bekommen also seine hauptänderung ist das also beziehungsweise seine hauptfähigkeit für die drei leute die das vielleicht nicht wissen ist er hat halt favorite foes und das sind halt diese vier und für jeden kill den er macht in dem bereich erhöht er halt den schaden gegen die entsprechenden gegnertypen das ist auch so geblieben da hat sich wenig daran geändert was sich geändert hat ist hier waren das als viertes ursprünglich mal draw das sind jetzt aberrations was man vorher bei draw stacks hatte hat man jetzt aber mit dazu bekommen also man muss nicht wieder bei null anfangen bei den aberrations sondern das wurde einfach übertragen und das ganze cappt jetzt bei vier milliarden stacks jeweils also bei vier e9 cappt das ganze bei vier e9 kills mein sorbu ist furchtbar gefarmt ich habe mir nie die mühe gemacht sage ich ja ganz ehrlich ähm jo und er ist jetzt glaube ich der erste champion zumindest wüsste ich gerade keinen anderen champion der zwei items hat die auf exakt dieselbe art und weise die selbe formation ability buffen er hat jetzt nämlich erhöht den effekt von hunter's pack und hier erhöht den effekt von hunter's pack die beiden items machen einfach exakt das gleiche nur halt mit unterschiedlichen werten gerade weil das eine ist halt shiny und das andere halt nicht aber ansonsten die machen exakt das gleiche finde ich weird also kann man so reworken dafür bufft das item jetzt nicht mehr seinen eigenen schaden sondern den schaden von allen champions okay i guess macht ihn nochmal besser als support ist nett wenn man ihn bei artemis mit drin hat i guess ähm und seine ulti hat jetzt noch einen stun okay das ist so grundlegend alles was bei sorbo passiert ist aber der wurde jetzt nicht groß rebalanced ähm prinzipiell haben sie auch ein paar namen von fähigkeiten noch irgendwie geändert weil sie bock drauf hatten fand das jetzt nicht unbedingt nötig aber kann man halt machen heißen jetzt halt anders machen aber prinzipiell das gleiche also so ja whatever jo soviel dazu bin ich schon auf die ganzen quests eingegangen ich bin hier schon so lange am quatschen ich weiß echt nicht mehr ob ich schon drin habe ne ich meine nicht ich meine ich hab's mir nur aufgeschrieben was ich super finde ist es gibt keine daily quests mehr es ist fucking großartig keine daily quests mehr ich liebe das sehr ich finde das sehr fantastisch ähm dafür geben die seasonal quests und die milestone quests jetzt mehr xp sodass man insgesamt wieder auf den gleichen xp wert kommt also man verliert da keine season level durch außerdem ist die season jetzt kürzer hip hip hooray sie ist nur noch 8 wochen lang statt 10 wochen auch das finde ich sehr gut auch dafür gibt es als ausgleich jetzt einfach mehr seasonal quests weil man ja jetzt insgesamt ähm pro also man hat ja zwei wochen weniger seasonal quests und dafür gibt es pro woche jetzt mehr also ursprünglich waren es jetzt muss ich überlegen waren es ursprünglich auch 72 seasonal quests ne können nicht 72 gewesen sein es war es sind doch weniger seasonal quests oder es sind weniger oder sind es zwei mehr es sind zwei mehr es waren ursprünglich 7 pro woche also 70 insgesamt ähm jetzt sind es 9 pro woche mal 8 wochen sind 72 insgesamt also es sind einfach zwei seasonal quests pro woche mehr that's fine ich finde das völlig okay also insgesamt kriegt man durch das rework sogar ein bisschen mehr xp raus finde ich ganz cool ich finde es auch gut dass die seasons kürzer sind dann haben wir vielleicht endlich mal wieder pausen zwischen den seasons ich meine season 4 zu 5 zu 6 ging ja alles nahtlos ineinander über wir haben jetzt einfach seit also die 21. woche am stück einfach durchgängig seasons also seit einem halben jahr einfach quasi durchgängig seasons ähm ich weiß nicht so eine kleine pause wäre nett irgendwie wir hatten das in einem der vorherigen videos ich wusste auch schon mal dass ich sagen würde so kleinere pausen wären auch für coden im entertainment ganz nett damit sie sich einfach zeit nehmen können für bug fixing oder für quality of life sachen oder für halt hauptsache halt alles was sich in diesem spiel verbessern lässt aber kein neuer content ist ähm ist zwischendurch halt auch mal ganz okay kann man machen schauen wir mal ich bin gespannt ähm was sie jetzt als bug wieder drin haben ist eigentlich wurde sicher glaube ich mal gemerkt in welcher ansicht man hier war aber wenn ich jetzt auf die milestone quests gehe und das ganze schließe und wieder aufrufe bin ich wieder bei den season quests das lief glaube ich schon mal besser wenn ich das richtig im kopf habe wäre auf jeden fall cool wenn man sich das also wenn sich das spiel merken würde in welchem tab man hier war ich glaube das war bislang einfach also ich habe vergangenes season als dieser rework kam hier nicht drauf geachtet vorher war das einfach kein problem weil da gab es halt das tab mit den quests und man hat dann eh einfach also sämtliche quests die es gab halt gesehen weil es die bonus quests einfach noch nicht gab und halt die ansicht mit dem kram hier an der seite wahrscheinlich ist das seitdem das neue layout so ist dass sich das nicht gemerkt wird könnte man finde ich reinbringen das wäre schon nett also in zwei wochen ist das total egal aber gerade am anfang von der season wo man schon häufiger mal die gesamtübersicht der milestone quest sehen will und das jedes mal zurück auf die seasonal quest springst das ist ein bisschen eh das könnte noch netter sein ansonsten der übliche insane level progress ich habe ohne mich ernsthaft darauf zu fokussieren innerhalb also jetzt ohne ernsthaft irgendwie quests zu farmen innerhalb der ersten 24 stunden 20 level gemacht 20 season level das ist schon ordentlich also es ist einfach so am ersten tag absurd schnell und wird dann hinten raus immer langsamer liegt halt natürlich mit an den milestone quests keine frage und solange die da sind wird es auch nie anders sein wird durch die bonus quests tatsächlich ein klein bisschen besser und die bonus quests sind inzwischen tatsächlich auch bonus quests letzte season war es ja noch so dass wenn man seine normalen ziele abgeschlossen hatte man trotzdem die bonus quests noch als extra hinten dran bekommen hat dabei sind die ja eigentlich gedacht dass die bonus quests so auftauchen für spieler die jetzt zum beispiel hier bei feast of the moon jahr 5 und 6 schon irgendwie abgeschlossen haben komplett und halt das dingetier nicht mehr haben also die quest nicht mehr haben dass die einfach eine ersatz quest kriegen und halt gleich viel season xp rausholen können das war halt vergangenes season nicht so also da hat man die schon als ersatz quest bekommen aber halt spieler die jahr 5 und 6 jetzt als beispiel noch nicht gemacht hatten konnten halt die quest für jahr 5 und jahr 6 machen und haben dann trotzdem noch die bonus quests bekommen also es war eigentlich ursprünglich mal als ausgleich gedacht dass langjährige spieler die halt manche sachen einfach schon erledigt haben trotzdem genauso viel season xp bekommen können wie neue spieler ging nicht so funktioniert jetzt aber finde ich gut ist endlich so wie es sein soll und das ist glaube ich im moment alles was ich zu season sagen kann insgesamt ganz okay reworks bis auf so kleinigkeiten und worden und er ist halt so eine season also wir sind halt nach wie vor an dem punkt wo ich sage so eine season bietet mir halt keinen spannenden content also ich finde es halt nett mich so das erste wochenende lang in die milestone quest rein zu hängen bis ich die fertig habe und danach ist jetzt eine season zumindest weniger arbeit weil die daily quest raus gefallen sind aber spannend ist es irgendwie immer noch nicht weiß ich nicht irgendwie fehlt den season so ein so ein gewisses etwas keine ahnung was ich jetzt aber auf jeden fall mache ist mal resetten weil ich jetzt auch nicht mehr in der wall hängen muss um irgendwelche champions zu testen und dann werde ich mal den core leveln und nebenbei versuchen noch ein paar goals abzugreifen oder ein paar quests zu erledigen eher gesagt meine go to formation die funktion dafür ist im moment diese das ist nicht richtig die ist nicht richtig gespeichert hier muss auf jeden fall nord im rhein mit ist mir egal was das ganze mal so da haben wir noch halbwegs speed drin also nicht wirklich aber zumindest ein bisschen und ein fantastisches lag vielen dank thalora spannend wäre jetzt mal zu gucken ob die gebiete die von thalora übersprungen werden fürs core leveln zählen da das bei brief der fall ist gehe ich mal stark davon aus dass das bei thalora auch der fall ist muss ich mal genauer darauf achten aber ja core leveln paar goals machen ich glaube korth kann sogar wieder raus jetzt muss ich mal gucken und vor allem erstmal einen richtigen button treffen ich bin gerade so vercheckt also das muss ich halt gezielt machen das wird so nicht funktionieren ähm ultis mache ich halt nebenher über sorbo und korth im moment das ist okay das funktioniert nebenher das funktioniert nebenher da sind genug champions mit high dexterity drin ähm ich hab warden gar nicht mehr drin den könnte ich mal wieder reinnehmen statt wie immer auch immer damit er noch ein paar wardens äh noch ein paar spectre spawnt ähm hm tja ich könnte ihn statt korth reinnehmen glaube ich wenn wir dann noch genug dexterity haben weil korth brauche ich gerade nicht mehr dringend ich habe sorbo als main dps was hoffentlich funktioniert muss ich da mal drauf achten ja sieht gut aus okay das läuft ja dann packen wir doch gerade mal warden statt korth rein dann gucken wir mal das sollte noch funktionieren yes das ist auf jeden fall gut das ist okay dann kann er halt noch ein paar spectre nebenher spawnen das ist okay dann geht das noch ein bisschen voran ja und hauptsächlich level ich halt erstmal den core vielleicht möchte ich hier auch tatsächlich auto potion reinsetzen auf jeden fall möchte ich den auto reset anmachen und vielleicht möchte ich eine kleine speed potion auf eine medium speed potion auf area 2 haben da seh ich mich ein bisschen da seh ich mich äh zack gut prinzipiell müsste ich auch noch mal mit jangsao sterne sammeln was leider nicht in der passive party geht habe ich festgestellt bin ein bisschen sad aber das mache ich auch irgendwann mal gezielt in einer area wo ich idle und dann farme ich nebenher ultis für die season ohne dass ich halt irgendwie areas weiter gehe das glaube ich am sinnvollsten weil ich müsste human rausnehmen und human rauszunehmen ist einfach massiver speed verlust gerade wenn man kein speed core aktiv hat da sehe ich mich halt nicht so so und ich glaube was ich jetzt mache ist zum einen feierabend zum anderen ibuprofenie weil ich habe echt kopfschmerzen das ist auch der grund warum ich zwischendurch so ultra vercheckt bin also noch mehr als sonst irgendwie keine ahnung warum ich habe ausreichend wasser getrunken ich habe die ganze woche super sport gemacht ich habe gut geschlafen keine ahnung aber ich habe echt kopfschmerzen nein ich habe gestern nicht gesoffen tatsächlich seit dem couch crash vor zwei wochen kein alkohol mehr getrunken von daher keine ahnung dann an der stelle vielen dank fürs zugucken hoffe das video hat euch unterhalten ein bisschen weitergeholfen irgendwas davon trotz meiner üblichen und noch gesteigerten verplantheit und dann sage ich ja wie gesagt vielen dank fürs zugucken angenehmen tag noch und bis zu irgendeinem anderen video macht's gut hat rein und tschüss 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 tschüss